In diesem Video bekommst du das Komplettpaket zum Cosinus. Wir schauen uns an, was der Cosinus ist, wie man mit dem Seitenlängen in einem rechtwinkligen Dreieck berechnen kann und wie man Winkel mithilfe des Cosinus in einem rechtwinkligen Dreieck berechnen kann. Wir starten direkt, indem wir kurz nochmal die Bezeichnungen in einem rechtwinkligen Dreieck wiederholen. Die Bezeichnungen solltest du noch aus dem Video zum Sinus kennen. Das habe ich dir oben in der Infobox verlinkt, falls du das noch nicht gesehen hast. Die Seite, die gegenüber von dem rechten Winkel liegt, nennen wir Hypotenuse. Die Kathete gegenüber von Alpha heißt Gegenkathete zu Alpha und die Kathete, die an Alpha dran liegt, heißt Ankathete zu Alpha. Jetzt können wir sagen, was der Cosinus von Alpha ist. Der Cosinus von Alpha ist das Verhältnis von Ankathete zur Hypotenuse. Das heißt also, wir teilen die Länge der Ankathete durch die Länge der Hypotenuse und schon haben wir den Cosinus von Alpha. Der Unterschied zum Sinus liegt also darin, dass wir Ankathete durch Hypotenuse haben, beim Sinus war es ja Gegenkathete durch Hypotenuse. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir wollen den Cosinus von 20 Grad berechnen. Dazu zeichnen wir uns ein rechtwinkliges Dreieck, in dem ein 20 Grad Winkel ist und messen die Seitenlänge. Die Hypotenuse in diesem Dreieck ist 8,5 cm lang, die Ankathete 8 cm lang und die Gegenkathete 2,9 cm. Damit können wir jetzt den Cosinus von 20 Grad berechnen. Wie war der Cosinus nochmal definiert? Genau, Ankathete durch Hypotenuse. Hier in unserem Beispiel also 8 cm geteilt durch 8,5 cm. Tippen wir 8 geteilt durch 8,5 in den Taschenrechner, dann erhalten wir als Ergebnis ungefähr 0,94. Genau wie Sinuswerte haben auch Cosinuswerte keine Einheit, weil es sich ja um ein Verhältnis von zwei Längen handelt. Genau wie den Sinus von 20 Grad kann man auch den Cosinus von 20 Grad in jedem rechtwinkligen Dreieck mit einem 20 Grad Winkel bestimmen. Wenn wir uns also ein weiteres rechtwinkliges Dreieck mit einem 20 Grad Winkel hinzeichnen und wieder die Seitenlängen messen, bekommen wir genau den gleichen Wert für Cosinus von 20 Grad. Bei diesem Dreieck hier haben wir bei der Hypotenuse eine Länge von 10,6 cm. Welche von den beiden gezeigten Seitenlängen brauchen wir jetzt noch, um den Cosinus von 20 Grad berechnen zu können? Genau, die 10 cm, weil das ja die Länge von der Kathete an unserem 20 Grad Winkel ist. Die Cosinus von 20 Grad berechnen wir jetzt wieder, indem wir an Kathete durch Hypotenuse, also 10 cm geteilt durch 10,6 cm rechnen. Wenn wir dann in den Taschenrechner 10 durch 10,6 eintippen, erhalten wir wieder gerundet ungefähr 0,94. Der Cosinus von 20 Grad ist tatsächlich also immer die gleiche Zahl, egal in welchem rechtwinkligen Dreieck mit einem 20 Grad Winkel ich ihn berechne. Genauso wie beim Sinus von 20 Grad. Das liegt einfach daran, dass die beiden Dreiecke automatisch ähnlich zueinander sind, weil alle drei Winkel in den beiden Dreiecken gleich sind. Das heißt, das eine Dreieck ist einfach nur eine Vergrößerung von dem anderen und damit bleiben die Seitenverhältnisse einfach gleich. Den Cosinus können wir jetzt so ähnlich wie den Sinus einsetzen, um Seitenlängen in einem rechtwinkligen Dreieck auszurechnen. Schauen wir uns dazu folgendes Dreieck an. Wir haben gegeben, dass der Winkel rechts 35 Grad groß ist und die untere Seite ist 9,8 cm lang. Die untere Seite ist die Hypotenuse des Dreiecks, weil sie ja gegenüber von dem rechten Winkel liegt. Wir wollen nun die Länge der Seite A berechnen. Dazu können wir den Cosinus verwenden, weil A ja die Ankathete zu unserem 35 Grad Winkel ist. Benutzen wir jetzt wieder unsere Definition des Cosinus, dann steht da Cosinus von 35 Grad ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, also A, die Ankathete, geteilt durch 9,8 cm, die Hypotenuse. Diese Formel stellen wir jetzt so um, dass wir am Ende A ist gleich dastehen haben. Dafür werden wir jetzt erstmal den Bruchstrich los und multiplizieren mit 9,8 cm. Dann steht da A ist gleich Cosinus von 35 Grad mal 9,8 cm. Das können wir jetzt in den Taschenrechner tippen. Den Cosinus kann dein Taschenrechner auch ausrechnen. Die Taste dafür heißt Cos, also C-O-S. Du tippst also ein Cos von 35 mal 9,8 und der Taschenrechner liefert dann für A ungefähr den Wert 8,0 cm. Genauso einfach wie mit dem Sinus. Du musst jetzt halt immer aufpassen, ob du die Gegenkathete oder Ankathete zu einem Winkel suchst. Je nachdem musst du den Sinus oder den Cosinus nehmen. Deshalb ist es so wichtig, die Begriffe Gegenkathete und Ankathete zu verstehen. Man kann auch die Hypotenuse mit Hilfe des Cosinus berechnen, wenn man die Ankathete zu einem Winkel kennt. Dazu schauen wir uns folgendes Dreieck an. Wir haben den oberen Winkel mit 70 Grad gegeben und wollen die Länge der Hypotenuse C berechnen. Wenn wir den Cosinus dafür verwenden wollen, brauchen wir noch die Länge der Ankathete des 70 Grad Winkels. Welche von den beiden Seiten ist die Ankathete zu dem 70 Grad Winkel? Genau, die linke Seite. Die soll jetzt in diesem Beispiel 4 cm lang sein. Damit können wir die Länge der Hypotenuse C jetzt ausrechnen. Wir benutzen wieder die Definition des Cosinus. Cosinus von 70 Grad ist gleich Ankathete durch Hypotenuse, also die 4 cm geteilt durch C. Diese Formel wollen wir jetzt nach C auflösen. Dazu werden wir erstmal den Bruch los und multiplizieren mit C. Dann haben wir dastehen Cosinus von 70 Grad mal C ist gleich 4 cm. Jetzt stellt uns der Cosinus von 70 Grad von dem C, weil wir wollen ja nur C alleine dastehen haben. Deshalb teilen wir jetzt durch Cosinus von 70 Grad und erhalten dann C ist gleich 4 cm geteilt durch Cosinus von 70 Grad. Und wenn du das in den Taschenrechner eintippst, kommt für C ungefähr der Wert 11,7 cm heraus. Jetzt haben wir gesehen, wie man Seitenlängen mithilfe des Cosinus berechnen kann. Es folgt dem gleichen Prinzip wie beim Sinus. Man kann aber auch Winkel mithilfe des Cosinus berechnen. Schauen wir uns dazu dieses Dreieck hier an. Wir haben die Länge der Hypotenuse gegeben, das sind die 8 cm, und wir suchen den Winkel Alpha und haben außerdem noch die Länge der Ankathete von Alpha gegeben, nämlich hier 4 cm. Mit diesen Angaben kann man jetzt den Winkel Alpha berechnen. Wir erinnern uns an die Definition des Cosinus. Ankathete durch Hypotenuse. Also erhalten wir, Cosinus von Alpha ist gleich 4 cm durch 8 cm. Jetzt wollen wir aber nicht den Cosinus von Alpha wissen, sondern Alpha selber. Wir müssen also den Cosinus vor dem Alpha sozusagen loswerden. Und dafür gibt es genau wie beim Sinus extra eine Taste auf dem Taschenrechner. Vielleicht hast du sie auch selber schon auf deinem Taschenrechner gefunden. Da steht meistens Cos hoch minus 1, also Cosinus hoch minus 1, oder Archos, so geschrieben, was Archos Cosinus bedeutet. Das ist die Umkehrfunktion zum Cosinus. Das heißt, sie macht den Cosinus rückgängig. Und genau das brauchen wir jetzt, um an Alpha ranzukommen. Das heißt, wir bekommen, Alpha ist gleich der Archos Cosinus, oder Cos hoch minus 1, von 4 geteilt durch 8, also 0,5. Und tippt man das jetzt in den Taschenrechner ein, bekommt man 60 Grad als Antwort. Und schon haben wir den Winkel Alpha berechnet. Du siehst, man kann genauso mit dem Cosinus arbeiten, wie mit dem Sinus. Wichtig ist, dass du dir die Formel merkst. Cosinus von Alpha ist gleich Ankathete durch Hypotenuse. Wenn dir dieses Video jetzt geholfen hat, den Cosinus besser zu verstehen, und wie du mit ihm arbeiten kannst, dann gib dem Video doch ein Like, damit auch andere dieses Video auf YouTube-Leiter finden können. Und wahrscheinlich wirst du dich jetzt noch weiter mit Sinus, Cosinus und Tangens beschäftigen. Und genau dafür habe ich eine Playlist erstellt, die genau zu diesem Thema ist. Du findest sie hier links unten.